Und wenn mich einer fragt, was ich davon halte, dass dieser Herr Mara sieben Führungsjobs inne hat, dann frage ich mich das, was ich immer schon gefragt habe. Welche Posten sind denn das? Der Wirtschaftsbund, die WKO, das WIFO, die österreichische Nationalbank, die SVA, einen Sitz im Präsidium der Sporthilfe hat er. Und natürlich noch die HM Dauernholding Beteiligungs GmbH. Jedenfalls bin ich versucht, zu meinem Nachbarn, dem Herrn Einstein zu gehen, um ihn zu fragen, ob für den Herrn Mara andere raumzeitliche Bedingungen gelten. Nun, da lachen wir alle, sieben Posten gleichzeitig. Aber ich, euer reinkarnierter Simplifikateur Terrible, muss an dieser Stelle zur Vorsicht mahnen. Auch wenn so ein amüsantes Internetgeschichterl mit einem Hemdakkumulierer wie ein Lichtblick in einem langen Tunnel wirken mag. Man möge mir verzeihen, aber ein Licht in einem Tunnel, das ist in der Regel der entgegenkommende Zug. Man yeah, warteinander! Das ist ein Licht, der Luther Matthäuschen. Okay- Untertitelung des ZDF, 2020